oida was geht ab leute team boppelt hier heute mit dem final unserer 18 und letzten liga hat spaß gemacht auf jeden fall noch mal danke an jugio card market dass sie uns dabei unterstützt haben und auch danke an alle die mitgemacht haben aber fürs neue jahr haben wir uns was neues ausgedacht mal schauen ob das so klappen wird wie wir uns gedacht haben ankündigung dazu folgt bald ansonsten haben wir hier heute halt satella gegen pepe und viel spaß beim duel so 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 Und natürlich gibt es die Sponsoren, alles zu unserer Beschreibung und ansonsten bleibt es nicht.